Nebel 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 wie in London Oioioi Hätte ich gerade ausgefunden weil ich dachte es wäre eine Camp Fimplik wenn Kleine Ratten greifen nicht an die laufen eher weg Warum lasse ich die am Leben? Die haben mir nichts getan Ich finde sie süß Ich könnte meinen Arsch drauf verwenden dass wenn ich da hinten Das noch erkunde Dass ich da wahrscheinlich die Liane gefunden hätte Aber Ich habe ja mein eigenes Rat So kann ich das alles schön erkunden wie ich das lustig finde Wie die es gleich wollen Ah Wie man auch gerade leider sieht meine Fackels Oh Oha Oho Oho Hm Ich fühle mich doch gut Out Was ist das? Oh Ledermäuse Oh die sieht aber schnell Ich glaube ich habe sie getroffen Ich glaube ich habe sie getroffen Ey ich habe eine getroffen Ich bin stolz Die habe ich nicht Äh die habe ich nicht O bist du hin? Das ist unfair Kleiner Batman Da ist der kleine Batman uff das sieht nach filmsequenz aus engineer castillo and the ship's doctor ricardo hoped to find some iron to reinforce san cristobal for passing the b-mini belt however they found more ore than expected ricardo suggested using these deposits for making giant gunpowder explosives to break through the rocks in the b-mini belt they immediately went looking for sulfur to prepare enough gunpowder for the bombs how are you doing oh 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 das nehmen wir mit natürlich hier ist was passiert hier wurde es wohl zu weh die der die dieses so jetzt wir wie die das die 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 Das ist ein grüner Kokos. Da ist durchaus nichts drin. Ich gucke, genau da ist nichts drin. Vorsichtig weitermarschieren auf Fledermäuse achten. Das ist echt schnell, echt, waaah, oh oh. Da sehe ich wieder was flattern. Oh. Oh, ich dachte ja. Daneben, das gibt es nicht. Die machen mich hier fertig. Keine Ausdauer. Das heißt erstmal jetzt hier weg. Ich hab nämlich auch kaum noch. Au. Tut nämlich weh, was die machen. Hä? Oh. Das muss ich zuhause machen. Allheilmittel habe ich doch. Ähm. Ah, scheiße. Nein, hab ich zuhause. Ja. Danke Fledermäuse, ihr habt mich dazu verbannt, hier raus zu gehen. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen. Ich muss mir was anderes einfallen. Ich muss mir was einfallen. Ich weiß nicht. Bitte nicht jetzt noch durch Fallschaden sterben. Das wäre peinlich. Ich muss mir da ein paar Liedermäuse das Leben gerade. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Vielen Dank. 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 Der landet ja auch in der Phase. Meine Güte. Mal gucken, wie oft hier noch rein und raus muss, bis das nicht da ist. Kann man auch noch weit. Ich laufe trotzdem lieber weiter hier unten. Ich bin da 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 unten. ich habe Dann nehmen wir mal kurz den Kacktus. Nein. Ich sehe, dass wir den Fett haben. Äh, ja. Komm, komm. Komm, komm. Boah, den habe ich gut abgefangen. Kleine noch. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Wie ist der Koppel? 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 Alle... Boah... Ey, wie viele davon gibt's? Jetzt ist aber Schluss! Ich hab nach Töne ein Mauchgefühl ein. Fortsetzung des Soshoffs. Ich habe hier viele davon gekauft. Dann muss man mit dem Mauchgefühl Combine, dann soll man was, was ich hab schon in Wurf-Kurin total. Ich habe das Pfeil von Wurzeln, und dann muss ich die 작업, Ja, holen. Ja. AHH! Jetzt hol ich meinen Inventator Das ist ja... Ähähäh! Ich muss erst auf anderen Inseln noch mal genug Pupfer besorgen. ...dann fachscht. Das kann ich nicht. Nicht nur das, ich brauche nur auf den Kanten. Dann zu verursachen. Was hat es da? Oh Gott. Was wohl passiert? Aber, äh... Ich will sich einer anziehen. Ich gucke sie dann nachher. Nein, Fledermolken. Ich muss da zu Hause mal kurz daraus dehnen. Da muss sie aus den Medikamenten sehen. Oh, oh, oh. Hey. Okay. 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 Ah, das war halt ein Risiko hier lang zu laufen. Oh, oh, oh. Oh, ho, 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 ho. Ah, so ein heißer Dampf. Ah, so ein heißer Dampf. Der tötet einen. Echt? Da kann ich nicht lang flüchten. Kann ich nur jetzt hier den Weg weitergehen. Und... ... 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 Was ist los? Wieso ist meine Fackel denn jetzt aus? Scheiße beim Regen wahrscheinlich Ja 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 Eigentlich will ich hier gar nicht sein Ja 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 Schönen Tag. Oh ja, we'll see. Oh. See. Wohoo! Oh. 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 Okay. haut zu können. Nein. Sie haben nicht den Reizen aus, den wir nicht die Möglichkeit haben hier zu kommen. Ok. Auf dem Ziege. Oh, ein feiner Kruselbaum. Oh, ein feiner Kruselbaum. Ich will dem Ziegen ja nichts tun, ich kann auch nur noch Schreck bauen. Mal gucken, wie viel HP ich noch habe. Glaubst du vielleicht einen? Weil ich sie wegkriege. Oh, ein feiner Kruselbaum. Oh, ein feiner Kruselbaum. Ich will alles, nur nicht gutes. Wer war ich und da war ich. Da haben wir keine Berge hin, wenn hier sowas geht. Ich dachte dann, ob ich die B-B-B-B-B-B. Ich dachte dann, ob ich die B-B-B-B-B-B-B-B. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.